Ja, herzlich willkommen zum heutigen Quiz. Wir haben einen Stargast hier, Alexandra Popp. Sehr gut. Wie läuft? Ding. Ja. Ah. Cut! So, fangen wir doch gleich mal an. Ja. Also, was kann schneller laufen? Ein Strauß oder ein Pferd? Ja, guck mal. Das weiß ich noch. Schön. Was ist das einzige Säugetier, das fliegen kann? Fledermaus. Ja, super. Wie viele Jahre kann eine Vogelspinne ohne Nahrung überleben? Oh, wow. Ich hasse Spinnen. Drei, zwei. Ja, schau mal. Welcher Vogel ist ein Symbol des Friedens? Eine Taube. So, die finde ich jetzt erstmal auch eine, wo ich sage, hm, bin ich mal krank. Okay. Welches Tier hat drei Herzen? Drei Herzen. Unter Wasser? Habe ich jetzt auch gedacht, ja. Ich wäre jetzt... Das wäre bei einem Oktopus. Sehr gut. Wow. Was ist das größte Tier der Erde? Der Wal. Ja. Blau. Blau. Welche Farbe hat ein Flamingo, wenn er geboren wird? Ich glaube, er ist... Grau? Ja. Yes. Welches Insekt kann das 50-fache seines Körpergewichts heben? Eine Armehase. Dotteln. Zfatz. So. Was ist das schnellste Tier? Das schnellste Tier? Ich glaube, es ist der Gepard. Ja. Super, guck mal, jetzt läuft's. Die letzte. Welcher ist der einzige Vogel, der rückwärts fliegen kann? Der Kolibling. Ja. Also, super. Danke, habe ich was gewonnen? Ja. Was denn? Eine Fledermaus. Hallo. Ich bin hier. Bitte, bitte. Ja, schön.